Die Stichcode-Predictor-Technologie kann auf verschiedene Objekte angewendet werden, welche zu scannen werden. Wir werden einen Test für ein klassisches Pokerspiel machen und was wir wissen wollen, sind die ersten drei Karten, die aus dem Deck ausgeteilt werden, so dass wir dann die Karten wählen können, die wir brauchen, um die stärkste Hand zu bauen. Hier verwenden wir einen Audi-Autoschlüssel als Scanner. Der nächste Test wird aus der gleichen Art von Spiel sein und wir werden ebenfalls wissen wollen, welche Karte der Gegner besitzt, bevor diese tatsächlich ausgeteilt werden. Denken Sie daran, dass jedes persönliche Objekt in einen Stichcode-Scanner umgewandelt werden kann. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website. Vielen Dank.